Ich hatte ja gedacht, dass das komisch ist, dass da ein Junge abgebildet ist, weil die Anastasia ist doch ein Mädchen. Aber irgendwann stand mal der Haupt- oder der Guru-Chef von der Permakultur-Sekte vor mir und dann hat es bei mir Klick gemacht. Das ist nämlich sie persönlich. Das ist gar kein Junge. Das ist die Guru-Frau hier.